Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu der Prüfung Deutsch-Test für Zuwanderer. Im heutigen Video beschäftigen wir uns mit der Bildbeschreibung. Unser Thema heute ist Essen. Wir schauen uns zuerst die Bilder gemeinsam an. Da haben wir unser erstes Foto. Auf dem Bild sehe ich eine junge Frau, die sich in einem Restaurant befindet. Auf dem Bild sehe ich eine junge Frau, die sich in einem Restaurant befindet. Die Frau hat lange blonde Haare und blaue Augen. Sie trägt eine dunkelrote Bluse und Ohrringe. Die Frau hat lange blonde Haare und blaue Augen. Sie trägt eine dunkelrote Bluse und Ohrringe. Sie lächelt und sieht sehr glücklich aus. Sie lächelt und sieht sehr glücklich aus. Sie hat ein Messer und eine Gabel in den Händen und ist dabei eine Pizza zu essen. Auf dem Tisch sieht man eine Pizza, eine Flasche Wasser und ein Glas. Sie sitzt unter einem Sonnenschirm. Die Sonne scheint und sieht gut aus. Die Sonne scheint und das Wetter sieht gut aus. Sie hat ein Messer und eine Gabel in den Händen und ist dabei eine Pizza zu essen. Auf dem Tisch sieht man eine Pizza, eine Flasche und eine Flasche. Sie hat ein Messer und eine Flasche. Sie sitzt unter einem Sonnenschirm. Die Sonne scheint und das Wetter sieht gut aus. Der Hintergrund ist unscharf. Man kann trotzdem ein Haus erkennen. Der Hintergrund ist unscharf. Man kann trotzdem ein Haus erkennen. Dann haben wir unser zweites Foto. Auf dem Bild sehe ich eine Frau und ein Mädchen. Auf dem Bild sehe ich eine Frau und ein Mädchen. Die Frau hat schulterlange blonde Haare. Sie trägt einen weißen Pullover und eine Halskette. Die Frau hat schulterlange blonde Haare. Sie trägt einen weißen Pullover und eine Halskette. Das Mädchen hat braune Haare. Es trägt Ohrringe und ein gelbes, ärmelloses Kleid oder T-Shirt. Sie könnte sechs Jahre alt sein. Die Frau und das Mädchen sitzen an einem Tisch. Auf dem Tisch sieht man Kuchen. Die Frau und das Mädchen sitzen an einem Tisch. Auf dem Tisch sieht man Kuchen. Die Frau und das Mädchen haben einen Tisch. Die Frau und das Mädchen haben einen Teller mit Kuchen und zwei Gabeln. Ich denke, sie probieren den Kuchen zusammen. Es könnte auch sein, dass sie zusammen etwas feiern. Die Frau und das Mädchen sitzen an einem Tisch. Die Frau und das Mädchen sitzen an einem Tisch. Auf dem Tisch sieht man Kuchen. Die Frau und das Mädchen haben einen Teller mit Kuchen und zwei Gabeln. Ich denke, sie probieren den Kuchen. Ich denke, sie probieren den Kuchen zusammen. Es könnte auch sein, dass sie zusammen etwas feiern. Im Hintergrund gibt es ein Regal mit einer Pflanze und einem Backofen. Nun schauen wir uns eventuelle Fragen zu diesem Thema an. Was essen Sie gerne und wo essen Sie das? Diese Frage kann man so beantworten. Ich esse gerne Döner am Imbissstand. Döner schmeckt mir sehr gut. Außerdem esse ich gerne zu Hause mit meiner Familie. Wir kochen Fleisch mit Gemüse und Reis. Im Sommer grillen wir auch oft. Eine zweite Frage wäre. Was isst man in Ihrem Heimatland gerne? Da kann man sagen. Bei uns isst man viel Fleisch mit Gemüse und Reis. Außerdem sind Gerichte wie Falafel, Hummus, Foul und Koschari sehr beliebt. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.